Okay, Pasta, Leute! Herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding und zu einer neuen Folge. Was hältst du davon, Coach? Let's go! Wir sind zurück, liebe Leute. Yes, yo, Käse, Pasta, Leute. Was geht ab, Mike? Was geht ab, Community? Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem Video. Was hältst du davon, Coach? In diesem Format zeige ich Mike Shortform-Content. Den schickt ihr mir oft zu. Und in diesem Fall habt ihr das auch getan. Bei Instagram habe ich eine DM bekommen mit diesem Video, die ich Mike zeigen soll. Genauso machen wir das jetzt. Du nimmst bitte den Laptop, Mike, guckst dir das Video an und sagst uns dann deine Meinung. Alles klar, liebe Leute. So machen wir das. Oh my gosh, it's Greg. It's Greg. It's Greg. And he's not nanny. Ich bin sehr gespannt. Liver Damage. Okay. Oh, cool. 10 mg of anivar, it's equivalent to the damage done by drinking one beer. Many people are drinking one or two beers a day. If you were to stop drinking one or two beers a day and replace that with 10 to 20 mg of anivar, your liver values would probably be about the same. And so in the end, is anivar really all that dangerous? I don't think so. For the most part, many doctors prescribe these drugs. Anivar is one of the safest ones on your liver. And so if you're on an anivar-only cycle and not using very abusive doses, perhaps you're using 10 or 20 mg a day, you're not going to notice all that much damage to your liver. Perhaps for every 10 mg of anivar, it's equivalent to the damage done by drinking one. Yeah. Gehst du mit? Ja. Kurz gesagt, einfach, ja. Das ist wieder mal ein Schlag ins Gesicht von allen, die das immer gerne hören wollen. Ich kriege auch manchmal, wenn ich so, ich habe in einem Video mal über Dianabol geredet und dann schreiben die Leute drunter, oh, nicht vergessen, das macht dir die Leber kaputt. Ey, ich weiß, ihr wollt das alle immer hören, weil das irgendwie so eine innerliche Befriedigung gibt. Ja, aber es ist nicht so. Okay, für die Leute, die kein Englisch sprechen, was hat er da gerade erzählt? Ja, also Step by Step, wir gehen das Ganze mal durch. Zuerst mal hat er das Ganze sehr treffend mit Bier verglichen. Und da muss ich sogar eine Sache sagen. Aufgrund der aktuellen Evidenz dazu, weil es gibt da relativ viel, muss ich sagen, ich weiß nicht mal, ob ich mit dem Biervergleich so mitgehen würde, weil man mittlerweile bei 10 bis 20 oder sogar 30 Milligramm Anavar am Tag über Long-Term-Use sogar Leberwerte verglichen hat und gesehen hat, das hat überhaupt keine Auswirkungen gefühlt. Also das heißt, klar muss ein Oxandrolon trotzdem, weil es 17-Alpha-alkyliert ist, über die Leber verstoffwechselt werden. Das heißt, diese Darreichungsform wird von dir oral eingeführt und damit es quasi den First-Pass-Effekt schafft, muss ein gewisser Stoff daran gebunden werden, der dann im Endeffekt von deiner Leber abgebaut werden muss. Ja, und das ist das Gift, wenn man so möchte. Das ist so schlimm, dass deine Leber das dann abbauen muss und das treibt die Leberenzyme theoretisch hoch. Bei Anavar weiß man mittlerweile, dass das sehr mild ist. Wirklich sehr, sehr mild. Also du hast so gut wie gar keine Lebertoxizität von Anavar. Ich weiß, das darf man so nicht sagen, aber es ist einfach ein Fakt. Und er sagt jetzt, ob das mit ein, zwei Bier vergleichbar ist. Ich würde sagen, wahrscheinlich sind ein, zwei Bier pro Tag sogar ein bisschen schlimmer. Wobei ich auch hier sagen muss, Leute, ein bis zwei Bier finde ich schwierig. Also ihr könnt mich jetzt Korinthenkacker nennen, aber ein bis zwei, wir haben hier 100% Unterschied. Ein Bier, okay. Zwei Bier, also ich, sorry, aber ich finde, wer zwei Bier am Tag trinkt, hat echt ein Problem. Das ist halt einfach Fakt. Ich weiß, dass das so normal geworden ist, ein oder mehrere Biere. Das ist aber nicht normal. Und wir haben auch tatsächlich in meiner Weiterbildung, in meiner Ausbildung zum Heilpraktiker auch die von der WHO festgelegten Form des Alkoholismus besprochen. Und jemand, der jeden Tag trinkt, ist definitiv ein Alkoholiker. Völlig egal, wie wenig das ist. Denn wir wissen mittlerweile auch, dass Alkohol ab dem ersten Tropfen schädlich ist. Und da gibt es nicht so einen Schwachsinn wie ein Bier, ist isotonisch. Ja, wenn du was Isotonisches willst, dann trink was Isotonisches und kein Alkohol, du Schmock. Oder ja, Rotwein ist ja auch gesund. Was ist gesund daran? Weil das aus Trauben ist und du da so ein ganz klein bisschen Antioxidantien drin hast und alles mögliche. Leute, Junge, du trinkst Alkohol. So, verstehst du? Das ist ein Gift. Und deswegen ist die Sache hier, mit dem ein bis zwei Bier halte ich für schwierig. Deswegen würde ich sagen, ich gehe vielleicht bei einem Bier mit, bei zwei nicht mehr. Bei der anderen war es wirklich sehr, sehr schwach. Und 10 bis 20 Milligramm sind auf jeden Fall eine Safe-Dosis, die du sehr lange fahren kannst. Von der du aber auch, und das müssen wir auch ehrlich sagen, sehr wenig Effekte zu erwarten hast. Das heißt, du wirst davon jetzt nicht unmenschlich stark. Du wirst nicht unmenschlich viel mehr aufbauen. Aber du wirst stärker und du wirst mehr aufbauen als ohne. Und du wirst auch etwas trockener und härter aussehen. Und vor allem, je länger du das machst, desto besser wird das werden. Das heißt, auch hier hast du eher so eine Art kleines Long-Term-Invest. Du kannst ein Anava einfach mitlaufen lassen. Die nächste interessante Studie hierzu hat sich mit HIV-Patienten beschäftigt und dem, wie man Muskelabbau entgegenwirken konnte. Und da waren die Ergebnisse tatsächlich recht stark. Das heißt, man hat ja auch gesehen, welches Potenzial ein Anava einfach in Bezug auf Muskel auf, beziehungsweise Hemmung von Abbau hat. Und ganz nebenbei, dabei hat man die Leberenzyme untersucht, die sich so gut wie gar nicht verändert haben, muss man dazu sagen, auch über längere Zeit. Und man hat auch was untersucht, die LH- und FSH-Werte. Das war nämlich sehr interessant. Man hat nämlich gesehen, dass die unterschiedlich bei den Probanden, aber im Durchschnitt nur um maximal bis zu 50% zurückgegangen sind. Und zum Vergleich, LH- und FSH, Luteinsierendes Hormon und Follikelstimulierendes Hormon, sind die Gonadotropine, die von deiner Hypophyse an die Hoden gesendet werden, damit deine Hoden Testosteron und Spermien produzieren. Wenn du Steroide nimmst, wird dieses Signal unterbrochen, weil von außen genug da ist. Und das ist das Problem. Dieses Signal musst du später wieder anbekommen, damit du selbst Testosteron produzierst. Man konnte also beobachten, dass diese Signale weiterhin gegeben waren. Zum Vergleich, wir haben hier, sagen wir mal, wir haben 50% Rückgang. Das war das Maximum, was gemessen wurde. Das ist schon blöd, das ist schon weniger. Aber im Vergleich zu einem Testosteron, da gehen die Dinger auf Null. Die gehen wirklich ganz runter. Also in einem so winzigen Bereich von 1, irgendwas, dass die so derartig schwach sind, dass du keinerlei Testosteronproduktion oder eben auch Spermienproduktion zu erwarten hast. Zumindest nicht gut. Und bei Anavar hat man beobachtet, dass du, wenn das die Range ist, bist du bei Testosteron hier unten gelandet, drunter teilweise. Und bei Anavar irgendwo hier in der Mitte. Das ist ein Unterschied. Das ist ein großer Unterschied. Dementsprechend halte ich Anavar gerade in der aktuellen Forschung nochmal für ein potenziell interessantes Steroid für die Zukunft. Und wahrscheinlich auch für das mit einzigen Steroid, das du auch onlycyclen kannst, ohne dein Testosteron kaputt zu machen. Gebe ich Greg recht. Okay. Warum ist das dann illegal, wenn das so gut anwendbar ist? Und eigentlich, wenn man das so nehmen kann, dass nicht viel passiert? Weil es erstens ein Steroid ist und Doping ist. Also alles, was zu Doping missbraucht werden kann, wird sehr gerne illegal gemacht. Das heißt, ich glaube, das Potenzial wird hier darin gesehen, dass die Potenzierung der Dosis nach oben halt sehr gefährlich ist. Ja. Das ist aber auch bei einem Ibuprofen der Fall. Ja. Oder bei einem Paracetamol oder was weiß ich. Bei vielen, die dann trotzdem legal sind. Genau. Also das heißt, hier natürlich muss irgendwo eine Grenze gezogen werden. Ja, super. Ja. Sehr gut. Es muss halt irgendwo eine Grenze gezogen werden. Wenn du dich mit Anavar umbringen willst, also viel Spaß. So viel Anavar musst du erstmal besorgen. Ich glaube, es wird schwieriger, da ranzukommen. Und ich glaube, du bist auch vorher pleite, bevor das funktioniert. Aber mit Schlaftabletten geht das mit einer Packung. Also wissen wir. Also von dem her, warum ist das illegal? Also es wird ja sehr viel damit geforscht. Das zählt einfach zur Familie der Steroide. Die Steroide haben einfach eine sehr, sehr negative Vorgeschichte. Auch wegen dem Dopingpotenzial. Deswegen wird gerade in unserem Land mit Steroiden relativ wenig gemacht. International ist das deutlich besser erforscht und deutlich besser auch anerkannt. Und ich sehe da auch das Potenzial, dass das dort immer noch verschrieben wird. Also von dem her, ich glaube, es wird sogar auch verschrieben. Bin ich mir relativ sicher. Aber naja gut. Wie gesagt, wir dürfen ja nicht immer von unserem Land ausgehen, weil was hier passiert, ist nicht normal. In keinerlei Hinsicht so. Gut, bevor das jetzt ausartet in einer Hassrede. Hashtag die da oben. Ja Mann, alles scheiße. Okay, ich fand es interessant. Danke an diejenigen, der mir das zugeschickt hat. Und ja, die letzten Worte gegen dir, Mike. Ja, tat gut, mal wieder Gregs Stimme zu hören. Ja, ich hätte Ihnen jetzt sehr gerne die Abmoderation machen lassen. Kann man nicht mit einer AI, Greg, du hättest die Abmoderation machen lassen? So weit sind wir noch nicht. Schade. Ja, theoretisch alles möglich, aber der Produktionsaufwand würde den Rahmen sprengen, glaube ich. Aber mal gucken. Das wäre es aber eigentlich wert, findest du nicht? Wir müssen da nochmal drüber reden. So this is the end of this video. Thank you very much for watching. Das war doch gut. Geiler Typ. Ich feiere den wirklich sehr. Ich mag auch seine Ansicht zu vielen Dingen. Und ich mag auch, wie er Sachen präsentiert, so mit seiner extremen Art manchmal. Hier war er ja noch relativ entspannt unterwegs. Ihr wisst, er schreit manchmal und wird dabei rot und kriegt so Adern im Gesicht. Und das, obwohl er einfach nur irgendwas erklären will. Das ist doch geil. Ja, war schön, ihn zu sehen. Thema gut. Bin voll seiner Meinung, tatsächlich. Und dementsprechend, ja, mal sehen, was die Zukunft noch bringt. Aber für alle, die auf dumme Ideen kommen, macht lieber ein Anava-Only-Cycle als ein Dianabol-Only-Cycle. Ihr habt weniger Schaden dadurch. Und dementsprechend vergesst aber eine Regel auch nicht. Je weniger Nebenwirkungen etwas hat, desto weniger Wirkung hat es. Meistens zumindest auch. Also erwartet nicht die Welt. Und dann könnt ihr es euch auch wieder sparen. Dann gebt euer Taschengeld für was Schönes aus und dann passt das schon. Also abonniert diesen Kanal. Das ist nämlich kostenlos. Da könnt ihr Taschengeld sparen. Wenn ihr euer Taschengeld für was ausgeben wollt, um mich zu supporten, könnt ihr auf big-zone.de zum Beispiel den leckeren Protein-Juice bestellen. Hier im Geschmack Eistee Zitrone heute. Ein Whey-Protein-Isolat mit geilster Konsistenz und leckerstem Geschmack. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich damit supportet. Denn damit unterstützt ihr auch diesen Content, sowie auch, wie gesagt, durch ein Abo. Und wenn ihr schon abonniert habt, klickt doch mal auf die Glocke. Damit könnt ihr den Kanal noch weiter pushen. Wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.